JoJ? Ja? Weißt du, was sich viele Leute fragen? Na? Sie das wirklich hören? Ja. Eine viel gesetzte Frage. Wann geht's denn mal wieder mit Naruto Battle? Let's battle weiter. Dann, wenn ich wieder ein Laptop habe. Ja, und warum hast du immer noch keinen? Also, du hast ja einen. Und warum ist er immer noch seit vier Monaten kaputt? Weil, äh, ja, und so. Ach so, ach so. Ja, JoJ, wir sind alle sehr gespannt. Das ist kaputt und so. Ja, und warum hast du es immer noch nicht reparieren lassen? Sag doch mal. Weil das nicht geht. Weil dieses Teil bekommt derjenige nicht, der ihn reparieren sollte. Verstehst du? Oh, Mann. Noch einer. Wie viele siebst denn hier? Lass mal aufhören. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Ja? Wer beschwert sich immer über die Creeper? Bei wem gehen sie normalerweise nie hoch? Bei... Das ist ja auch unfair. Die kam von hinten. Das sind so eine perversen Creeper. Bei mir kommst du auch immer von hinten. Nee, du gehst geradeaus drauf zu. Creeper kommen? Was? Ja. Ja. Frag nicht wie. Wir kommen auf einen zu. Was machen wir denn nachher noch? Nach der Aufnahme. Nach der Aufnahme werden wir Planet 2 weiterspielen. Glaube ich. Okay, Dinger. Hoffentlich. Ich dachte, da wäre schon wieder was. Oh, ich habe keinen Fackel mehr. Lala. Damit du dich wieder so schön aufregen kannst. Ich habe mich über dich aufgeregt. Ja, mein Headset hat einen leichten Wackelkontakt. Leicht. Und ich frage ihn die ganze Zeit permanent was und ich kriege keine Antwort. Hallo. Na? Ach so. Ich dachte, du bist bei Buggy, weil ich dich gerade nicht gesehen habe und dachte, hä, mit wem redest du da? Oh. Einen neuen Weg. Der extrem episch ist. Nicht. Obwohl, dahinten geht es weiter. Dahinten geht es weiter. So. Endlose Höhle des Todes. Ja, so ungefähr. Nö, noch ist keiner gestorben. Nö, aber sie scheint endlos zu sein. Und wurde vom Creeper getötet. Wow, apropos Creeper. Ihr habt doch die Creeper alle bei euch. Ja, ich merke schon. Und ich höre es auch boom, boom, boom. Ja, ich glaube, sah so Tiki magisch an. Nee, die sind hinter jeder scheiß Ecke. Kann ich ja nix. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Das ist ein Gerücht, was in die Welt gesetzt worden ist. Ein Gerüchts. Gerüchtsbau. Gerüchtsbau. Da gibt es von einem Facebook-Bild, da steht da so ein Wagen. Da sind Gerüste drauf und hinten drauf steht Gerüchtsbau. Gerüchtsbau. Ach ja, stimmt. Das hast du mir, glaube ich, gezeigt. Wenn ich mich richtig erinnere. Nein, das kann ich dir nicht gezeigt haben, weil ich da in Bayern war. Ach so. Aber ich habe das, glaube ich, auch schon irgendwo gesehen. Alter. Das ist wirklich die heilige Creeper-Höhle von damals, Buggy. Ich sag's dir. Ich wette, hier ist irgendwo ein Creeper-Spawner. Das ist Baffener. Ja, der legendäre Creeper-Spawner, den es ja eigentlich gar nicht gibt, aber irgendwie schon. Aber auch irgendwie nicht. Wieso gibt es den nicht? Ich will einen Creeper-Spawner. So. Endloses Gunpowder. Ja. Na wow, toll. Wow. Komm zu mir, meine kleinen Energie. Es regnet, es regnet. So, immer so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen die Höhle in Sicht haben. Nicht, dass da wieder irgendwas um die Ecke da kommt. Kennen wir ja jetzt schon. Hallo. Und ich habe natürlich vergessen, mir eine Rüstung zu machen. Was ein bisschen ungeil ist. Obwohl ich es vorhin noch gesagt habe, ich muss unbedingt noch eine Rüstung machen, bevor wir losgehen. Und was ist? Ja, wir sind in deiner Wüste. Wüste, Sasu, Wüste. Echt voll, weißt du das? Sandstein. Na gut, darauf wäre ich jetzt auch gleich gekommen. Nein. So. Ich würde mich mal interessieren, wo ihr zwei seid. Du, wenn wir das wüssten, wären wir selbst schlauer. Ja. Ja. Sind wir hier eigentlich. Ich weiß es nicht, aber plump. Wir sind unter einer Wüste, genau. Wir werden verdursten. Ja, sogar. Guck mal. Oh, Wasser. Toll. Super gemacht, Sherlock. So, ich glaube, wir sollten mal umkehren. Warum? Hallo. Hi. Kannst umdrehen, hier ist nix. Hier ist nix mehr. Nö. Not whole. Was meinst du, warum wir zurückgehen? Was auch so keine Lust mehr hat? Ja. Genau deshalb. Wow, 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 wow. Wo ist eigentlich jetzt dieser scheiß Graben nochmal hin? Der ist, glaube ich, in ner komplett anderen Richtung. Schamude hier ist ein Skelett vor, ne? Ja, ich hätte mal, Buggy. Hier unten geht's weiter. Ey. Weiter geht's hier überall. Hier ist wieder Wüste. Ja, Wüste. So, ähm, ich guck dann mal hier schön nach Ressourcen. Hier noch ein paar Knöchleleien. Ressourcen. Ressourcen. Wir müssen ja Ressourcen. Alter. Oh Gott. So, das hast du verdient, du Arsch. Ja, super. Das hast du hier. Hallo. Da unten geht's weiter. Komm mit. Toll. Na super. Ich dachte, ich bin hier jetzt los. Dann fällt er nur zwei Meter weiter. Hier ist ein Spawner. Guck mal. Geilo. Wow. Das ist der Spawner? Robin Hood greift mich an. Ich baue Kohleabwehren. So. Alter. Bewegt dein Arsch hierher. Ja. Ich beschnetzelte er sich durch die gegnerischen Reihen. So, was haben wir denn hier? Oh, Eisen. Eimer. Will jemand noch Eimer haben? Ja. Nö. Nur eine Kiste? Oh, ist ja langweilig. Alter, du siehst durchlöchert aus mit Pfeilen, mein Freund. War auch du. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hey, weg doch. Meine Ressourcen. Hat er sich hier schon wieder wie ein Maulwurf hier langgebuddelt? Kennt man ja von ihnen, ne? Kennt man ja ihn von ihnen. So. Aber ich würde jetzt auch lieber gern zu der Schlucht, die Jojeda gefunden hat mit den Pilzen. Und hier geht es noch weiter. Wollten wir nicht sagen, auf welchem... Nein. Da kommen sie nachher alle an. Ne? Wieso? Ach ja, siehst du? Also, wenn Jojeda schon grad anspricht, wegen... ...Planete C2, aber wir brauchen einen guten PC, glaubt mir. Nein. Also, Leute, ne? Wir haben ja schon ein paar nachgefragt. Planet C2 und so weiter, ne? Wer mitspielen will, ähm... Also, bei uns jetzt, äh... Der geht bitte auf den Server, äh... Ceres. Das ist so ein EU... Oder so. Das ist so ein EU-Server. Das ist, glaub ich, der zweite von oben oder so. Ja, ich glaub, das ist der zweite von oben. Ist ein EU-Server. Ähm... Und da... Also, wenn ihr bei uns mitspielen wollt, dann schließt ihr euch der Terranischen Republik an, beziehungsweise der Roten Fraktion. Von drei. Es gibt drei. Lila, Blau und Rot. Und wir sind die Roten. Also, wer Bock hat... Wir sind, finde ich, Pink. Ja, du bist... Du bist Pink. Du bist Pink. Wir sind so ne... Wir sind so ne... Wir sind so ne Mischung zwischen beidem, äh... Zwischen allen dreien. Nein, du bist ne Mischung aus allen. Ich bin Roten. Was? Ich hab gedacht, du bist immer Blau. Dauerblau. Achso, nee. Oh, guck mal, da sind Pilze. Guck mal, oben ist ein Loch. Oh, cool. Loch. Äh. Haha. Opfer, 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 Opfer. Das ist der Arsch der Welt. Guck mal. Hä? Das ist der Arsch der Welt. Achso. Das ist ein großes Arschloch, ne? Ja. So. Wo geht's denn jetzt hier? Wo ist jetzt diese Schlucht? Ich weiß es nicht, aber hier sind Pilze, deshalb versuch ich hier mein Glück. So, hallo, hallo. Ich glaub nicht, dass es hier in die Schlucht geht. Wow. Das, ähm... Glaub ich auch nicht, aber... Oh, warte, warte, warte. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ja. Ich höre. Äh, das kommt mir ja sehr bekannt vor alles. Ja. Daher werde ich kurz hier, ähm... Komm mal kurz mit. Ja. Ja, doch. Doch. Das ist der Spawner, den du vorhin ausgebeutet hast. Genau. Du in dein, äh, elenden Rausch des Todes und der, des, der Verzweiflung. Alle tot. Alle tot. Alle, alles hast du kaputt gemacht. So. Hier süftest du schon wieder in die Drecksbude. Ich glaub, wir müssen nach unten, oder? Ja, wie immer. Unten ist zumindest ganz gut, ja. Äh, ich glaube, hier war ich noch nie. Boah, warte, kurzer Leck. Und jetzt geht's weiter. Doch, doch, doch. Das könnte da hinten, da hinten. Ja, 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 ja. Da hinten, ja, da hinten. Da hinten. Ja. Warte, wir, wir grabbeln mal den, äh, den Gravel ab. Wir, wir, wir grabbeln mal den Gravel ab, ne? Genau. Damit, damit wir immer eine freie Gesicht haben. La, 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 la. Also, wie gesagt, Leute... Wie der Gravel aus deinem Texture Pack einfach mal die Animation beim Runterfallen hat, wie der aus Mieser. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. I don't know. So. Das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Guck mal, da drüben warten sie schon auf uns. Ey, man, die flirten, das sind schwule Zombies. Mmh, das schwule Zombies. Willst du mich... Er will dich stüßen. Ist das dein Ernst? Ja, das war mein Ernst. Ist das dein scheiß Ernst da so? Ja, das war mein Ernst. Komm jetzt hier runter. Komm jetzt. Ich wollte dir nur helfen, dass du wieder hochkommst. Tut mir ja leid, dass ich dir helfen wollte. Erstmal Bratkartoffelzeit. Genau. Na, Juche, wie geht's? Oh. Okay. Komm. Wir müssen aber hier runter. Ja, komm. Ja, mach. Los. So. Und weiter stürmten wir noch unten. Ähm. Hallo. Hast du Besuch mitgenommen? Er gebracht? Er hat einen Bogen fallen lassen, glaube ich. Cool. Dann hast du jetzt einen Bogen. Nö, doch nicht. Oh, doch nicht. Super. Da hat man sich mal einmal auf JoJ verlassen, das er einen Bogen gekriegt hat. Das wäre jetzt witzig gewesen, weil dann hätte ich... Oh, hier ist... Also, ich gehe da nicht hin, weil dann haust du mich da wieder runter. Keine Ahnung, das ist so... Oh, ach, wieso? Jammer nicht so rum, als würde ich das tun. So, wo seid ihr denn? In einer Schlucht. Da. Ups. Wo wir, wo du nicht bist, da sind wir. Genau. Also, wir sind immer da, wo du nicht bist. Ich wäre hier mal ja jetzt runtergefallen, also, das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Ja, dann wäre es aber... Oh, so, lass doch doch runterfallen. So. Alter, wie lang ist diese Kackschlucht? Oh, Gold! Gold wo? Oh, Gold! Alle auf Gold! Los! Ja! Oh, da war sogar noch ein zweites Gold. Ich dachte, jetzt ist es nur ein Golderz. Yay! Alter, jetzt sind wir reich. Jetzt können wir rausgehen. Jetzt hat sich hier schon alles gelohnt. Ja, wir setzen uns von Buggy ab. So, hier erstmal den ganzen Scheiß hier wegwerfen. Da braucht doch hier alles keiner. Travel Sand weg damit hier. Scheiß Gunpowder. Ach, Dirt, Dirt. Weg damit, weg mit dem Scheiß, Alter. Wer braucht denn Dirt? Die Steine und so. So, wird mal langsam Zeit hier, ne? Wollen wir bis nach ganz hinten gehen? Dann haben wir so viel sicher. So viel zu sicher. Da unten ist ein Creeper. Was? Da unten ist ein Creeper. Ich sag ja, du ziehst die magisch an die Fische. Nein, die stehen auf dich. Was? Ja, ich hab gehört, die fühlen sich von dir angezogen. So, weil ich so explosiv bin, ne? Nee. Nicht wirklich. Weil ich einschlagen, äh, weil ich einschlagen, wie heißt das, einschlagen? Ja, jetzt denk erst mal nach, bevor du das sagst. Einschlagende. Wow. Ideen habe, genau. Genau, Ideen waren das. Boah, krass. Habt ihr das schon gesehen, Leute? Guck mal hier. Uh. Krasse Scheiße. So. Wir sind drin. Und da hinten ist der kleine Wuselmann. Warte. Wuselmänner. Wuselmänner. Oh. JoJ, da kannst du lang gehen. Viel Glück. Gold. Da ist der Wuselmann. Da ist Gold. Ich hab Gold gesichtet. Gold. Aber ja, toll. Ja, ja, leg du dich mal mit dem Creeper an. Ich hol mir, ich hol mir, ich hol mir schön die Kohle, Alter, ne? Kohle. Ey, du bist voll Geldgeil, Alter. Du willst nur Kohle haben. Alter, hier ist viermal Gold, Mann. Viermal. Alter, viermal? Fünfmal. Alter, du bist so Pro. Fünf Gold, Alter. Ah, fünf Gold. So. Kohle. Achso, das ist das Zeug, was ich runtergeworfen habe. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn das Scheiße hierher? Aber das ist ja mein Scheiß. Alter, wie viel Kohle hier einfach nur ist. Ja, dann let's go, Alter. Let's go. Ja, aber dann hab ich Angst, dass ich in dein Zeug reintrete. Aber da hab ich keine Lust zu. Ey, der Santa gehört ja wohl dir, der da liegt. Mein Freund. Ist nicht nur alles meine Scheiße, die da rumliegen. Ja. Der andere eine Grube gräbt, ne? Warte mal, ich mach das mal ganz einfach. Er sollte sich schämen. Ich mach das jetzt mal ganz einfach. So. Äh, wobei... Sazu? Ja? Ich komm ja irgendwann demnächst irgendwann, wenn ich Zeit hab, ne? Mal wieder zu dir und dann wird wieder... Hallo? Ja, ja, red ruhig weiter, red ruhig weiter. Ich hab deinen Scheiß aufgehoben. Ich weiß. Das hab ich ja weggegangen. Warte, der... Ich find euren Weg nicht. Das würde mich auch wundern, wenn du uns jetzt finden würdest. Hallo? Hallo, Herr Spider-Man. Da ist ein... Evil Chicken bei mir in der Höhle. Das war klar. 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 Das war klar.